Ich bin seit vielen Jahren RE-MAX-Maklerin in München. Heute sind wir in Eichen. Das liegt im Landkreis Günzburg, etwa 40 Kilometer von Augsburg entfernt. Eichen hat exakt 1.162 Einwohner. Vielleicht werden es ja demnächst ein paar mehr. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen Ihr neues Zuhause. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen. Kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen. Ich möchte mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Der Rundgang durch das Haus ist hiermit beendet. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde Ihnen gerne bei Interesse weitere Informationen zukommen lassen. Rufen Sie mich an oder vereinbaren Sie direkt einen Besichtigungstermin. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiederschauen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020